und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pillars of Eternity schön dass ihr dabei seid und wir wollen jetzt ein kleines bisschen weiter gehen jetzt ist das nur tacky ich habe immer hier runter oh das bleibt eine runde kreis dalsi lasi lie aspect worth and rock Let's go! Das ist es! Let's go! Damit? Warte mal, wer ist da was? Sehr schön! Wutstein aus der Siegel! Okay, was ist das hier? Leiter einer Expeditions Gebetsbuch. Okay. Verstreut in den endlosen Faden von Ort nur, befindet sich nicht zu besiegelt. Das befindet sich nicht zu besiegelt. Bis klar! Ich? Ich? Wird sie dann auch bitte beschweren? Hey, so, das wir mal auf die Fresse fliegen. So, hm? Okay. 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 Let's go! Get up, damn you! Hm? Ist er vielleicht da? Ne, das ist natürlich zu kotzen. Yes? Ach komm. Timo, ich will ihn. Ja? Vollhaut? Ja? einen bogen beharrlichkeit schießt die bildung eigentlich keiner ein säbel was war im schluss gegen gutes kapier hier macht weniger der mütz schnell ja weniger angriff dann ist es nicht so berauschend ja speichern wir kräft auf die lacht ihr liebt we we i don't feel hey how may i help i'm here hey what must ich so machen what hi following your lead i'm here hey i think this will not be a good action so yeah that's good yeah following your lead i'm here i'm here ok schon verletzt i'm here 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 den jahren schauen sehr schnell also gerade nicht schon schade dass ich ihm ein der mit mehr macht von Schnelligkeit auch okay so geht es mir aus und kommt Wie kann ich mir helfen? Okay, das bringt uns nichts. So, dann... That's it! Let's go! Let's go! What's it with you? Sehr schön. Gift Plasma und Türkis. Äh, Türkis. Ja, Türkis. Über den Kopf. Komm, ab hier noch was ist. Hi? Hm? Oh? Hey! Ah! Ah, ne? Ah, ne? Ah! 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 Das war der Haut. Ja, da sind wir lang. Mal gucken, ob wir trotzdem... Ich hab keine Lust... 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 Alles klar. Ach, Pilze... ja und was wir diesen raum gesehen da sehen wir in der nächsten folge ich bedanke mich für das zu sehen bleibt sauber anstrengend frei und gesund vor allem